Ja, Lieben, hier ist Euron von der S21-BauTV mit einem Update aus dem B21. Den Blick von der anderen Seite, den habe ich mir jetzt heute gespart, videotechnisch, hier fürs Kurzvideo, aber auf dem 4K-Video ist er drauf. Gibt, glaube ich, von der anderen Seite nicht mehr viel zu sehen. Ja, was soll man sagen? Alle Fluchttunnel sind ja jetzt betoniert. Das ist ja hier das große Thema, Fluchttunnelbau und Notausgang. Notausgang und Ausgang, Südausgang, meine Güte. Ja, Stichwort Südausgang, das ist er, dieser gerade Schlauch, das ist der Südausgang, der dann hier auf eine Rolltreppe bzw. Aufzug führt. Der Aufzugsschacht ist hier im Vordergrund, wo das gelbe Gitter ist. Und ja, und jetzt kann man hier auch diese schönen Bögen erkennen, während aber jetzt der Südausgang-Tunnel tatsächlich komplett bis hinten so eine, sagt man da, geschwungene Form hat, hat man sich bei den Fluchttunneln, wie nun da darauf beschränkt, nur hier vorne das, dieses, ja das Portal, die Öffnung so schön geschwungen zu machen. Über Sinn und Unsinn, ob man das jetzt gebraucht hätte, dass hier vorne noch so ein bisschen fake geschwungen, Schwung, naja, kann man jetzt diskutieren. Und Achtung, ich zoome, nicht bewegen, gleich, jetzt, so de lebe. Ja, hier sind weitere Schalungsteile aufgebaut, um hier den Bogen quasi fortzusetzen, der ja, der hier hinten wahrscheinlich ein bisschen höher ist. Wir sehen auch, Achtung, ich zoome, das war die falsche Richtung, das macht aber nichts. Ich zoome noch mal, festhalten, noch mal festhalten, ich hoffe, dass keinem was passiert. Hier können wir Armierungseisen erkennen, Anschlussarmierung, und da drüben sind ja nur Sublanen, demnach denke ich, dass darunter sich auch Anschlussarmierung nach oben verstecken, so dass das hier alles noch mal ein Schucken höher wird. So, Achtung, ich zoome. So, nicht, dass es wieder heißt, ich würde hier so hektisch, wenn ich da so ohne Vorwarnung zoome, dann erschrecken immer alle. Ja, viel mehr gibt es dann, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ähm, man sieht hier im Vordergrund, äh, die treuen Zuschauer wissen es, noch, ähm, fällt ja noch ein Tunnel, ähm, und zwar der, der hier rüber geht, in die neue Haltestelle Staatsgalerie, durch das Bögel hindurch. Ähm, ja, ansonsten, ähm, sage ich danke fürs Zuschauen, und, ja, mal gucken, ähm, so dramatisch viel kommt dann heute nicht mehr von mir. In diesem Sinne, macht's gut, danke fürs Zuschauen, ciao. Ciao.